Ich möchte mich den kritischen und dennoch positiven Worten von Paul Murschatz anschließen und Sie ermuntern, sich dem, was Digitalisierung mit sich bringt, sowohl im positiven als auch negativen Sinne aktiv zu widmen. Sie selbst können Akteurinnen und Akteure in der Entwicklung gemeinsamer Ideen und zukunftsbringende Möglichkeiten werden, die nicht nur Ihnen, sondern im besten Fall der ganzen Gesellschaft nützlich werden können. Wir haben in diesem MOOC mit fünf sehr unterschiedlichen Lektionen und Themenfeldern gearbeitet. Es war uns ein besonderes Anliegen, einen differenzierten Blick auf das zu werfen, was digitales Leben bedeuten kann. Ich hoffe, Sie haben entlang der kontroversen Auseinandersetzungen zu den jeweiligen Themen eine konstruktiv-kritische Haltung einnehmen und einige neue Sichtweisen gewinnen können. Ich möchte abschließend sagen, das Digitale lebt und das Lebendige darin kann Transformation und Veränderung für alle von uns in unterschiedlichstem Ausmaß bedeuten. Dass jede einzelne und jeder einzelne genauso unterschiedlich digital lebt, muss zwar nicht immer von Vorteil sein. Allerdings können wir als Teilhaberinnen und Teilhaber einer Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass wir gemeinsam in Dialoge und konstruktive Auseinandersetzungen treten. Die Bildung kann ein wichtiger Teil dieses Dialogs sein. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen eine Reihe an neuen Perspektiven vermitteln, die Sie zur Teilhabe an kritischen Diskursen und gemeinsamen Dialogen zum Thema Digitalisierung ermutigen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.